zudem Schmierung als hier auch Schatten ist gerade entschieden das ist eventuell vielleicht geht die Euro die vierte so in allen möglichen alle drei Teile Tränen das ist das vermutlich schlägt Plänen werden falls ihr da was dagegen habt schreibt sie die Kommentare C vielleicht was mit Pflanzen Prozent die Sonnenblumen wäre vielleicht ganz günstig M Prozent kommt die von oben jetzt lebt grad Gänze von oben dran Nüsschen und ist gar nicht der Stern kommt denn der Stern drüber oder kommt der nicht drüber kommt der Stern drüber den hab ich für die allergrößte Not vielleicht noch das ja okay falls gar nichts wird machen wir doch noch das die Primär und oder das ist wohl so immerhin haben wir hier die Mähteilchen na klasse da musst du mal Sachen gehen das geht ja aber nicht ja klasse und dann schick ich es zu kann ja aber nicht wahr sein Nelus schieß Plopp 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 ganz unten ganz unten ganz unten Plopp 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 Damit habe ich natürlich schon wieder eine Buttererbse eingebüßt. Oh Mann! So ein Scheiß. Mann. 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 mit allergrößten Not hab ich ja immer noch meine Jalabeno so komm ich brauch nur eins damit ich ein Nüsschen hab hier oben hab ich nämlich noch keine Buttererbsen Buttererbsen vor Haus ach die das sind ja keine Buttererbsen das sind ja das sind ja gebutterte Maisgörner ja manchmal bin ich auch leicht verwirrt in meinem Alter darf man das wo wäre eine große Zombiewelle Mist nun komm Hilfe Angriff der Supermonster der schwerste Supermonster kommt erst noch und der große Wahnsinns oh nein oh nein er kommt schon nein er kommt schon angerannt oh nein so komm her her juhu So, da hast du es geschafft. Ist doch ganz gut, dass ich mir die mitgenommen habe. Der schießt ja immer nochmal sein olles Mistvieh da hinten raus. So, jetzt haben wir hier noch eine. Eine Reihe Stahl hat er Nüsschen. Ja, ja, immer press es ab. Alle dummen Nüster. Kann ich nur rufen, das kommt nicht so schnell. Wieder so ein altes großes Mistvieh. Bis zum nächsten Mal. Plop! 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 So! Gehört! Plop! 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 So Schlips geht gleich weiter mit einer großen Welle Zimpis. Oh ja! Genau! Kommt nochmal eine große Welle. Die Cari vorne weg! Jaaa! Oh ja, na klar. Oh nein! Das hat nicht gereicht. Oh nein! Hilfe! Hilfe! So komm! Komm meine scharfe Jalapeno! Oh nein! Das nützt gar nichts. Hier guck mal! Oh nein! Oh nein! Hilfe! 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 Oh guck mal! Oh guck mal! Jetzt ist er tatsächlich platt gegangen! Oh ich weiß es nicht! Scharfe! 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 Melonen-Shooter! Guck dir das Teil an! Ein Melonen-Shooter! Es geht weiter! Oh ja! Jetzt kommen wieder diese ollen Fischer von oben! Und die und der und alles mit dem... Und der auch noch! Und die Leiter! Scharfe! 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 Scheiße! 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 Der feigst du noch so hier! So! Sonne! Hab ich! Das! Hab ich! Das! Für den Notfall! Das! Für den Notfall! Und die Nüschen! Was hatte ich denn vor uns noch mit? Ach! Ach! Die fleischfressende Pflanze! Scheiße! Stimmt! Na! Mal sehen! Na! Let's work! Bin ich ja mal gespannt! Ah! Der mit dem Scheißleiter! Das ist ja ein Blöde! Eigentlich bräuchte ich da so ein Nüsschen was hier... Ach! So ein Pilzchen! Das werde ich nicht überleben! Ich glaube bloß ein Melonen-Shooter reicht auch! Aber das sind drei! 300! Das ist ihm ganz schön fett! Bis du den zusammen hast! I'm coming! Ja! Ich sehe das du kommst! Ja! Bloß Risch setzen hier! Flup! 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 Meistens kommst du gar nicht dazu! dir noch was anderes zu kaufen! Warte mal! Habe ich nicht auch genug 19.000? Scheiße! Ich glaube ab 20.000 kannst du den nächsten Slot freischalten! Na vielleicht schaffe ich das ja jetzt! Da muss ich dann meine... meinen Zen-Grotten, meine Blümchen nochmal gießen gehen! Und dann schaffe ich das vielleicht! Warum das nicht? Die zischen eigentlich die Blumen so wenn du die einsetzt! Die zischen sich voll ein ab wenn du die einsetzt! Flup! 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 Das ist ausgerischen in den Beeten rein wo noch keiner steht kommt der... kommt die ollen Zombies hier angeflogen! So schnell! Los! Ich brauche noch eine Sonne! Komm! Los geht's! Schieß! Schieß doch endlich! Na siehst du jetzt ist der Arm schon weg! Oh nein! Ach endlich! So! Ui! Noch so einer mit allem! Ich komme nicht so schnell das große Monster Vieh! Schnell. Nee. Siehste, jetzt kommt schon eine große Welle und ich habe es noch nicht mehr geschafft hier. Der Melon-Shooter scheint gar nichts weiter zu machen hier. Oh, der schmeißt ganz kräftig Melonen und trotzdem stört ihn das nicht. Ja, schnell hier hinten. Noch kräftig einen hingebaut. Die Riese Melon-Flop. Oh man. Oh man. Oh man. Ja, genau. Wow. So. Also.